Hey ho leiden haben wir es euch zur nächsten Folge und die letzte Folge für mich zum Vorproduzieren für den GTA Story Modus. Die letzten 10 Minuten und dann weiter zur ARC. Ja, mein Curve kommt zuletzt oder vorletzt bei mir. Yay. Barg ist das ganz einfach, da weiß ich halt was ich da mache und bei Minecraft weiß ich das einfach nie so richtig. Das ist ja auch lange noch verhalten. Minecraft, let's play. Dann kommt Fortnite. Zum Aufnehmen, das geht schnell. Da sind es ja nur 3 Folge. A 30 Minuten. Das ist ja eine gute. Und deswegen. Bankern, sollte man ja auch noch. Und zu holen. Fuck. Ich bin der Schuss, dann. Hm, hm. Und weitergegen. Einfach. Lachen nur ein Schuss, immer. Seine Lieblingswache für mich. Lachen nur ein Schi. Haha. Ich kann noch nicht was ansetzen zum Schießen. Da hab ich sie schon kaputt geknallt. So gut bin ich. Und großer Raum. Und einfach nur noch alle abknallt. Und auch in Schutz gehen. Mal gerade leben. Momentan. Okay gibt's nichts. Entschuldigung. Und nur halbes Leben. Und schuld. Oh oh. Jetzt kann ich wieder Whisky gehen. Das wär nicht gut, Junge. Jungs. Sprachheilung. Mann. Ahem. Los weiter weiter weiter. Ja ja. Ok, wir sind draußen Hier draußen kann immer jemand sein, deswegen Haha, kaputt Mach Nein Wanklen tot Ok, was tut 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 So. Geil. Mediket brauche ich. Und dann weiter. Und jetzt heißt es draußen. So, wo ist der Flugzeug? So. 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 Ich bin noch schlecht, den Kopf abhängen. Ich bin noch schlecht, den Kopf abhängen. Ich bin noch schlecht, den Kopf abhängen. Oh, ich muss die Jungs mit holen. Okay, dann machen wir das halt in der nächsten. Gebt dann nach oben, abonniert meinen Kanal und ciao.